Also, wie sieht die moderne Hochschule in zehn Jahren aus? Ich glaube tatsächlich, es wird immer noch die Gebäude geben, das heißt nicht, es wird alles virtuell sein, sondern die Präsenzphase wird es immer noch geben. Aber ich hoffe tatsächlich, dass mehr Digitalisierung da Einzug hält. Und das, was ich mir tatsächlich auch sehr wünsche, wäre quasi die Didaktik der Technologien nicht mehr hinterherrennen, dass in zehn Jahren man tatsächlich didaktische Konzepte entwickelt hat, und theoretisch sinnvoll den Einsatz von neuen Technologien und Digitalisierung unterstützen. Und da sehe ich da auch das Bestmögliche aus.